hey was geht ab freunde nochmal zur info für alle wir fahren bald wieder auf tour in zwei wochen geht es los glamourn gloom tour 2022 durch ganz deutschland und einige teile europas wir haben bock wer noch kein ticket hat wo gibt es die da kann man sich bei event im holen bei jeder vorverkaufstelle wo er sonst auch tickets zieht günstiger kurs vorbei kommen alles wie früher keine masken abdance so sieht es aus wir haben mega bock wir sind halbt und wir freuen uns auf euch also bis bald